Hallo, mein Name ist Mahesh Kulkarni. Ich arbeite bei Analytic Jena als Junior Industrial Engineering Specialist. Analytic Jena wurde mir empfohlen, dann habe ich das Unternehmensprofil gesehen und es gefällt mir, deshalb habe ich mich in EZU bewogen und dann eine Einladung zum Vorstellungsgespräch gemacht. Mein erster Eindruck war, dass Analytic Jena ein erfolgreiches und wachsendes Familienunternehmen ist, das sich um die Mitarbeiter kümmert. Das habe ich an meinem ersten Tag gesehen. Es war ein sehr freundlicher und personalischer Onboarding-Prozess, bei dem ich meine neue Kollegen gelernt habe, meine Aufgabenbereiche und so weiter. Meine wichtigste Aufgabe ist die Analyse von Produkten und Anzahlen in visualisierter Form in der Business Intelligence Software, um den Entscheidungsprozess und die Transparenz zu verbessern, auch Lean-Management, Optimierung des Arbeitsplatzes und so weiter. Ich bin Musiker und Sänger, auch lerne ich Synchron Sprechen, das ist über EZU am Wochenende. Ich möchte Experte für den Analyse und digitalisierten Prozess hören, um bessere Entscheidungen im Wachstum des Unternehmens zu erinnern. Ich möchte Experte für den Analyse und digitalisierten Prozess hören, um bessere Entscheidungen um Wachstum des Unternehmens zur Erinnerung entwickeln. Untertitelung des ZDF, 2020